Aber wir gehen jetzt nicht mal wieder hier, ja. Okay, das ist kein Bock. Ich möchte direkt alles machen und dann wir zur nächsten Insel. Wie viel brauchen wir denn noch? Charakter. 1.200, das heißt, nochmal ein paar. Dann haben wir hier nichts mehr. Schön haben wir hier alles weg gemacht, ne. Oh, ich verstehe da. Nix, okay. Okay. Hier ist das da, dann könnten wir noch nicht da. Ja. Ja, dann gehen wir ein paar hier zurück. Von da kam ich ja letztes Mal, dann gehen wir da. Guck mal. 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 Schnellenединzen. Wir nicht mehr machen. der Leiche ok ich wäre gerne nicht die Leiche ach so wohin geht's alter Riesen mit dieser Abzweigung und so worum geht's hier äh was ist denn ein Tor? was war das Tor? Jacks Tor gefunden Jacks Tor? Ahoi Lässt du dir den Winter um die Nase wehen? Ich bin Jack der Turmbächter bin früher selbst zuerst und jetzt machen wir einen guten Lebensabend ha schön wär's ruhig ist hier gar nichts mehr nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind Termiten ah das was ooo das ist so schrecklich ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen ich will bei Stahlwart anheulen also drei Termitenkrieger hab ich von ähm Gronkh gesehen und schon gibt's was zu tun wegen der ich komme von Buß er wartet auf die Zuckerlieferung tja damit kann ich leider nicht dienen es ist nicht meine Schuld dass sie weg ist ich hab ja eh so mit Zuckerfung für weiß nicht ob du wegen der er grei nur keines da wo ist er hier runter die Termitenblase das muss er bestimmt sein soo die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es das Punkt war interessant der Handspiegel vom Schlösser knacken verstehe ich nichts 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 Ah, ich geb' nicht Pappen! Gerade... Oder auch Termiten! Termiten... Da sind's... Äh... Oh, ich ging ja einfach... Und du! Fettes Warten! Nein! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ich kenne dort die nächste! Ja, ja! Ja, ja! 4 von 10! Termiten... Termitenkrieger... Termitenkrieger sind schwäger? Ok... Ich denk' schon mal... Oh, wie die angetrocknet konnte... Ah... Gib mir... Gib mir das... Ähm... Ich guck' mal da... Da hinten... Da hinten... Da hinten... Ich guck' mal... Du bist da dran... Drei Stück... Oh... 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 Was für ein wenig Zeug! Sechs! Noch einer. Achtung. Da ist noch einer. I am running. Ich komme. Die kann man nicht ausbreiten. Hey, was ist das für eine Fette? Spielstand speichern. Ich bin so Krieger, oder? Die geht auch gar nicht. Das ist wirklich fett. Ich bin nicht Krieger. Schieß doch mal. Danke. Die kann man auch nicht ausbreiten. Kakanus. Kakanus, okay. Kakanus, in die Höhle gehen wir später. Das ist doch ich auch falsch. Ah, muss ich hier beim Scheißen verletzen. Ja, müssen noch die einen Termite. 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 Eier Termite fällt uns noch. Hm. Hm. Eier Termite fällt uns noch. Eier Termite fällt uns noch. Ja. Eier Termite fällt uns noch. Eier Termite. Eier Termite. Eier Termite fällt uns noch. Das ist ja nicht so viel. Da ist doch einer. Hey du scheiß Katalite. Oh, die geht da rein. So, fast alle. Ich beiche aber schon immer. Aber wenn die zusammenkommt, ne, dann sind wir gearscht. Oder doch nicht. Wow. Wow. Da war richtig dunkel. Warte mal. In meiner Fackel. Ausküsten. Ich hab glaub ich schon irgendeine Pistole wegsteckt. Ah ne doch. Benutzbar aus. Okay. Spannend. Wohin geht die ja da. Wohin geht die ja da. Zuckersack. Zuckersack. Eins von sieben. Ach so. Ja, das. Zuckersack. Wo kam ich denn eigentlich? Zuckersack. Zuckersack. Boah hier. den Nioh hier auf, also... Warte, ich muss nicht... Hab ich nicht Angst! Die letzte! In dem Fall, okay, was drängen wir dann mal drauf fahren? So ist das jetzt nicht so wieder. Ey, 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 aber jetzt nicht! Die Termitenplage! Quest erfolgt! Oh, meine Fuck, hab ich nicht aufgehoben. Wie geil, es löschen ja die Steine. Was ist das denn? Kanone. Ach, von hier kommen wir. Okay, nehmen wir dann die Fackel. Super Sankt, wo sind die anderen denn? Ich weiß, was finden wir in der Dunkelheit? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Mhm, mhm. Kapitän! Nicht springen, nicht springen, nein. Amulett. Da. Da. Feuerstelle oder so. Man, die wirkt ja auch hier voll wenig. Wie? Zuckersack. Hä? Wo bitteschön sind die Zuckersäcke? Ah, da! Die sind nur in diesem Bereich, glaube ich. Sieben Sekte Zuckersäcke. Sieben Sekte Zuckersäcke. So, raus. Raus hier, raus. So schnell. Dunkelheit. Und du Sekte. Auf. Auf. Auf.